Es zwitschern schon die Vögel von den Dächern und passend zur Parköffnung an Ostern ist das Vogelparadies bei den Papageien fertiggestellt worden. Hallo, hier ist eure Michaela. Ist es nicht super geworden, unsere neue Papageienkulisse? Nach drei Monaten harter Arbeit ist es endlich vollbracht. Die Papageien freuen sich auch schon, wie man sieht, brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sie sich daran gewöhnt haben, aber bis zur Parkeröffnung wird es funktionieren. Sollte jemand fragen, wie diese Kulisse heißt, die Papageien waren der Meinung, Conny Island. Conny Island, einfach einmalig dieses Eiland. Apropos, wie die Fortschritte im Voodoo Island sind, das erfahren wir in der nächsten Ausgabe von Post of the Week. Paragraphie Wie die Fortschritte im Voodoo Island